Nicole von Autodiva, wir sind hier beim A3 der Fahrvorstellung auf Mallorca und wir haben die tolle Möglichkeit bekommen, dass wir eine Drohne testen können. Was ist denn jetzt überhaupt eine Drohne? Der Davide steht hier neben mir und der erklärt mir mal, wie funktioniert denn jetzt diese Drohne? Was machen wir? Also die ganze Drohne, die funktioniert mit Strom. Also mit den zwei Akkus haben wir etwa 10 Minuten Flugzeit. Dann müssen wir wieder runterkommen, Akkus wechseln und das ganze System ist ein bisschen stabilisiert. Das sieht man da. Also wenn die Drohne so kippt, dann geht auch der Kopf mit. Ja, ist gut aufgehängt. Und dass man die Fibrationen wegbringt, haben wir da spezielle Federn eingebaut und dass die ganzen Fibrationen im Bild wegmachen. Wie würden die jetzt gesteuert? Also gesteuert, da benüben Christoph, der ist Pilot. Hallo Christoph. Hallo. Hast du einen Pilotenschein? Ja, kann man so sagen. Was machst du? Ja, ich fliege die Drohne. Ja, wie geht das? Da hat man eine Fernsteuerung, hat man im Prinzip zwei Joysticks, ein paar Schalter und damit kann man dann die Drohne steuern. Hoch, runter, man kann gieren, man kann links, rechts, vorne und zurück fliegen. Das Gute an dem System, also es hat acht Rotoren und dank den acht Rotoren ist es extrem stabil in der Luft. Mhm, die sich eben initialisiert haben, ja. Ah, genau. Ah ja, okay. Und bei der Drohne ist, wenn man vorwärts geht oder so, ist es nicht wie beim Helikopter, dass man die Blätter nach vorne tut, sondern das spielt man dann mit den Drehzahlen. Also da gehen vorne die Drehzahlen runter und die werden größer, die Drehzahlen. Und dann geht es dann nach vorne. Mhm. So, und die Kamera, wie kontrolliert man denn jetzt überhaupt, wie das Bild wird? Der Kameramann, der hat auch eine Steuerung. Ja. Der setzt sich die Brülle dann an oder hat auch Monitore zum Schauen. Und das ist die Steuerung vom Kameramann, da kann man runter und rauf. Und wenn man links, rechts will, dann drehe ich am Pilot den ganzen Vogel. Also da kann ich links und rechts und da dreht den ganzen Vogel einfach rum. Ah, okay. Und dann muss der Pilot umdenken. Ah, der dreht mir die Drohne, dass wir dann nach vorne fliegen können. Also da braucht man schon einen guten Pilot. Also es ist schon Teamarbeit. Auf jeden, ja. Fliegen wir mal das Ding, oder? Wollte ich sagen, können wir das jetzt sofort starten, oder? Auf jeden, ja. 5, 4, 5, GO! Untertitelung des ZDF, 2020